Apokalypse Now Wo fahren wir heute hin? Nach Tübingen Universitätsstadt Ah ja, ist das eine Universitätsstadt? Ja, okay Also sind da wahrscheinlich relativ viele intelligente Menschen Mit Sicherheit denn So Schnee, was geht heute hier? Mach doch mal, ne? Bei mir geht schon was Prost, geht schon was Was ist das? Pellegrino, das ist ein italienisches Edelwasser Hervorragend Ja Das klingt irgendwie so als wüsstest du wovon du sprichst Ja Okay Ich kann sogar Wasser so verkaufen Das klingt wie Champagner Ja, oder? Das ist der Hammer Alter Schwede Darin ficken die Fische Und zwar nicht Anders als woanders Man schmeckt es Es ist genau das gleiche, wenn man ein Bier trinkt Und man trinkt ein Oettinger Oder man trinkt im Prinzip ein schönes Pax Oder ein Jever Oder ein Pala Boring Je nachdem Und ich kann das halt beim Wasser sagen Beim Bier entzieht sich das mal der Campnis Aber du hast doch früher auch mal gesoffen Bevor du der Weltheiler wurdest Das hat auch alles früher noch gleich gemacht Oder? Dazu werde ich mich nicht Also man muss das ja mal sagen Thoralf ist ein total Also Thoralf würde er ein Reiseunternehmen haben mit Versorgungsangebot Dann wäre er der Hit Weil wie man sieht Der Mann hat einfach an alles gedacht Ja, ja, okay Bananen und frisches Obst Gemüse Alter Wie lange noch? 3 Stunden 4 Minuten Und jetzt? 3 Stunden 3 Minuten und 40 Sekunden Liebingen Was macht der Mann denn hier? Diese Verschwendung Dieses verschwenderische Volk Mach's sauber Komm her So ein untastbar So ein untastbar Schönerbar Unbestechlich Zeitzerbrechlich Doch besser Unreichbar Was Lars, hast du die Bass Tram kaputt gemacht? Hast du die Bass Tram kaputt gemacht? Say something all together Thank you for all these guys Ich glaube das warst du Bei mir warst du noch ganz Ja, 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 ja Aber der Gitarrenverstärker ging ihm auch nicht mehr Ich glaube wir haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen Summonami Erzähl mal Im Arsch Total im Arsch 45 Minuten und im Eimer Oh mein Gott Man wird alt Aber dafür schöner Also Weil Fighten machen ja sexy Hab ich gehört Oder so Aber Fighten? Warte mal Ja das Licht steht sehr gut Wie ein Babyarsch Besser? Ein bisschen strengen Topf machen, dann gehts mal Ja, sehr sehr schön Aber War ok Wir haben sie ganz gut Ganz gut scharf gemacht, glaube ich Schocka